Welden liefert die Infrastruktur, die ihre Digitalisierung einfacher, intelligenter und sicherer macht. Unser leistungsstarkes Portfolio und unsere maßgeschneiderten Lösungen erfüllen ihre wachsenden Anforderungen und Bestrebungen, ihr Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben. Wir entwickeln kontinuierlich neue Produkte, wie unsere Hirschmann Lema Light Managed Switch-Produktfamilie. Robuste, anwenderfreundliche Switches, die Ihnen die entscheidenden Funktionen bieten, die Sie benötigen. Und das in einem kostenoptimierten Design. Lema Switches bieten Ihnen einzigartige Funktionen, wie vereinfachte Installation und Verwaltung dank einer intuitiven Web-Oberfläche, hohe Portanzahl und Full Gigabit Ethernet Geschwindigkeiten, erweiterte Sicherheit, Schutzart IP30 und einen erweiterten Temperaturbereich, um anspruchsvollen Umgebungen zu widerstehen und die Verfügbarkeit zu maximieren. Darüber hinaus bieten Ihnen die Hirschmann Lema Switches PoE und PoE Plus Optionen, mit denen sich jedes Gerät sehr einfach mit Strom versorgen lässt. Hirschmann Lema Switches sind ideal für komplexe Anwendungen wie intelligente Verkehrssysteme, die Daten erfassen und übertragen müssen, um den Verkehrsfluss zu optimieren und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Und Fertigungsunternehmen, die wichtige LEA 2 Managed Switching Funktionen und hohe Zuverlässigkeit benötigen, können von den hohen Datenraten und den kostenoptimierten Design von Hirschmann Lema profitieren. Doch das ist noch nicht alles. Die hochwertigen Funktionen von Hirschmann Lema bieten in Kombination mit der unvergleichlichen Zuverlässigkeit eine sehr einfache Installation und Handhabung. Wenn Ihr Unternehmen einen zuverlässigen Partner braucht, entscheiden Sie sich für Belden. Wir bieten Ihnen innovative Gesamtlösungen. Die Experten von Belden unterstützen Sie bei der Entwicklung einer Infrastruktur- und Softwarelösung, die Ihr Netzwerk zukunftssicher, zuverlässig und sicherer macht. Lema Light Managed Switch-Produktfamilie entwickelt für Ihre digitale Transformation.